Das ist unser Zuhause. Um genau zu sein, die Stadt Linz im Herzen von Österreich. Seit fast 40 Jahren arbeiten wir an einem gemeinsamen Ziel, die weltbesten Komplettbearbeitungszentren zu entwickeln und zu fertigen. Einmal spannen, komplett bearbeiten. Wir entwickeln unsere Mill Turns laufend weiter, um unseren Kunden die besten Lösungen für ihre Bearbeitungsaufgaben zu bieten. Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit sind die Eckpfeiler unserer modularen Maschine. Dies ermöglicht unseren Partnern Zeit und Kosten in ihrem täglichen Geschäft zu sparen. Unsere maßgeschneiderten Technologielösungen gewährleisten die wirtschaftliche Produktion von schwer zu fertigenden Schlüsselkomponenten. Insbesondere dort, wo komplexe Geometrien zu den technischen Anforderungen der Fertigung zählen. Mit einer Mill Turn erhalten Sie das Beste für Ihr Unternehmen. Nicht nur die beste Maschine, sondern auch effektive Bearbeitungslösungen, welche die Durchlaufzeiten komplexer Werkstücke erheblich reduzieren. Die Software ist das Gehirn einer jeden Mill Turn und diese ist bei uns unübertroffen. Sowohl eine einfache, schnelle und effiziente Bedienung, aber auch Programmierung direkt an der Maschine ist möglich. Wir sind stolz auf unsere Heimat. Unsere Kunden sind jedoch auf der ganzen Welt verteilt. Genau wie unser Service. Wo auch immer Sie sind, wir sind in Ihrer Nähe und bieten Ersatzteile, Unterstützung, Reparaturen und den kompletten Rundum-Service. Wir verkaufen nicht nur Maschinen. Wir bieten Ihnen die Komplettlösung. Wir bieten Ihnen die Komplettlösung. Wir bieten Ihnen die Komplettlösung.